Guten Morgen zusammen bei den LernSnacks. Heute geht es um das Thema Dreieckberechnen, Flächeninhalt, Umfang, Seitenlänge, alles was du wissen musst für Dreiecke mit Taschenrechner, Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit Beispielen. Los geht's, viel Spaß! Beim Flächeninhalt von einem Dreieck rechnest du 1,5 mal die Grundseite mal die Höhe. Das heißt also, in dem Fall ist c deine Grundseite hier, das c, und die Höhe ist hc. Das können natürlich auch die anderen Seiten sein. Warum 1,5 g mal h? Man kann zu dem einen Dreieck das zweite Dreieck noch einmal dransetzen und dann hat man ein Parallelogramm. Ich skizziere das mal gerade hier. Also du hast hier ein Dreieck, zack, 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 und jetzt kannst du dieses Dreieck noch mal da dransetzen. Und dann hast du ein Parallelogramm und der Flächeninhalt von einem Parallelogramm ist ja g mal h, weil man im Prinzip hingehen kann. Hier ist dann das h und kann diese Fläche hier wegschneiden und dann auf der anderen Seite dran machen und dann hast du nämlich ein Rechteck. Und der Flächeninhalt vom Rechteck ist a mal b. Also 1,5 g mal h. Wir gehen weiter mit dem Umfang, der ist ja relativ selbsterklärend. Da habt ihr nämlich für den Umfang u ist gleich a plus b plus c. Und das hier ist natürlich, so, die Formel hier ist natürlich Groß A. Okay, dann machen wir einen Kasten drum, um uns das zu merken. Jetzt können wir auch schon direkt loslegen mit den ersten Beispielen. Hier habe ich ein Dreieck, wo ihr keine extra Höhe braucht, nämlich da ist durch den rechten Winkel die eine Seite die Höhe und die andere Seite die Grundseite. Und dann gebt ihr einfach da rein, 1,5 mal 2 cm mal 3 cm. Es ist vollkommen egal, ob ihr zuerst die 2 oder die 3 schreibt. Das kann beides sein. So, und dann machen wir es für Rechenfaule oder zur Sicherheit einfach mal in den Taschenrechner. So, 1,5 mal 2 mal 3. Wenn ihr keinen Bruch habt, keinen Bruchstrich habt bei eurem Taschenrechner, dann rechnet ihr einfach für 1,5, 1 geteilt durch 2. Wenn ihr natürlich einen Rechner habt, wo ihr Brüche auch eingeben könnt, dann könnt ihr es auch anders machen. So, und das ist gleich 3. 3 Quadratzentimeter. Weil ihr Zentimeter mal Zentimeter rechnet, Quadratzentimeter. Ganz wichtig, dass ihr das nicht vergesst. So, Striche drunter. Umfang. Umfang ist relativ einfach. A plus B plus C, also 3 cm plus 2 cm plus 3,6 cm. Die 3,6 cm sind übrigens mit dem Satz des Pythagoras ausgerechnet und gerundet. So, wir gehen hin, holen wieder unseren Taschenrechner. 2 plus 3 plus 3,6 ist gleich 8,6 cm. Ist gleich 8,6 cm. Strich drunter. Und Ergebnis fertig. Jetzt, als zweites Beispiel, habe ich ein Dreieck, wo ihr die Grundseite habt und eine zusätzliche Höhe. Das kann auch passieren. Aber auch da rechnet ihr für den Flächeninhalt Groß A ist gleich 1,5 mal 2 cm mal 2 cm ist gleich. Kann man eigentlich auch im Kopf machen. Wir machen es jetzt nochmal mit dem Taschenrechner. 1,5 mal 2 mal 2 ist gleich 2 cm². Und da kommen die Striche drunter. Der Umfang, wir addieren die Seiten zusammen, ist gleich 2 cm plus 2,2 cm. Auch hier habe ich den Satz des Pythagoras verwendet plus 2,2 cm ist gleich. Und jetzt rechne ich, und jetzt rechne ich mal im Kopf, das kann ich nämlich, 6,4 cm. Und ich bin fertig. So, jetzt habe ich hier noch ein Beispiel für eine Aufgabe. Flächeninhalt sind 16 cm² und Grundseite ist 4 cm. Ich setze die Werte, die ich habe, in die Formel ein. Also Flächeninhalt 16 cm² ist gleich 1,5 mal 4 cm mal Höhe. Und natürlich ist die Höhe gesucht. Jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten. 16 cm² sind gleich 2 cm mal Höhe. Und weil jetzt hier das Mal steht, teile ich durch 2 cm. Dann steht hier 16 geteilt durch 2 sind 8 und cm² geteilt durch cm sind cm, sind gleich H. Und damit habe ich schon meine Aufgabe gelöst. Jetzt habe ich noch ein Beispiel für den Umfang. U ist gleich A plus B plus C. Ich setze also U ein. 10 cm sind gleich. Und jetzt nehme ich einfach A als die, oder Grundseite als die erste Seite. Also 4 cm plus B plus C. Weil jetzt hier das Plus steht, muss ich die 4 cm minus rechnen. Das heißt also 6 cm sind gleich B plus C. Und jetzt steht hier schon ein großes rotes Ausrufezeichen. Wir können nicht genau sagen, wie groß B und C sind. Wenn in der Aufgabe drin steht, ein gleichschenkliges Dreieck hat die Maße, dann wisst ihr, aha, gleichschenkliges Dreieck bedeutet ja im Prinzip, dass die beiden Schenkel hier gleich lang sind und dass ich hier dann halt eben meine Grundseite habe. Das ist jetzt nur skizziert. In dem Fall wäre es klar, dann müsstet ihr also durch 2 teilen und dann wüsstet ihr, dass B und C jeweils 3 cm lang sind. Wenn das nicht in der Aufgabenstellung drin steht, könntet ihr im Prinzip alle Werte nehmen, die zusammen 6 cm ergeben. Also 3 und 3, 4 und 2, 1 und 5, 6 und 0 geht nicht, weil ihr dann ja eine 0 cm lange Seite hättet und das klappt nicht. Aber an sich könntet ihr ganz, ganz, ganz viele verschiedene Werte finden, die dann passen. Und das war's von den Dreieckenberechnern, Flächeninhalt, Umfang, Seitenlänge mit Beispielen mit Taschenrechnern. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, hinterlass mir einen Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar, hinterlass mir ein Abo. Bleibt gesund und beim nächsten Mal geht's weiter mit den LernSnacks. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.